Musik Wenn er nicht gerade im Bademantel vor der Kamera bei den German High Rollern sitzt, beschäftigt sich Mark Gork intensiv mit der ständigen Weiterentwicklung von Ring-Game-Strategien. Marks GI-Premiere fand in Form eines Gastvortrags beim Gaming Institute Poker Camp auf Mallorca statt. Letztendlich ist das Thema Verhalten im Ring-Game bei mir hängen geblieben, weil quasi dann in meinem zweistündigen Gastvortrag ein bisschen was über ein paar Einzelheiten in Cash-Game-Situationen erzählen, ein paar Handbeispiele, ein bisschen Theorie teil. Ich denke, es wird eine relativ spannende Sache. Dabei ist Mark nicht nur im No-Limit Hold'em zu Hause, sondern hat insbesondere seine herausragenden Fähigkeiten beim Pot-Limit Omaha bewiesen. In seinen Spezialseminaren beim Gaming Institute stellt er ein gutes Gespür für verschiedenste Situationen am Pokertisch unter Beweis. Weitere Infos findet ihr auf der GI Homepage unter dreimaldasw.gaming-institute.de Weitere Infos Weitere Infos